Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 10. Februar. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, ihr seid gut bislang in die Woche gekommen, habt hier das eine oder andere erwischt. Heute zum Wochenabschluss wollen wir auf Europairs schauen. Wir hatten gestern EURUSDollar nicht im Fokus. Den hatten wir am Mittwoch und in der Woche natürlich auch im JFD-Devisenradar noch mal im Fokus, aber insbesondere auch am Mittwoch zum JFD-Devisenradar-Webinar. Aber sozusagen mal in den Fokus genommen, das wollen wir heute noch mal ein Stück weit nachbetreuen. Und EURUSD auch interessant, deswegen heute, nach gestern direkt noch mal im Fokus. Und ganz kurz zum Goldpreis, der sich heute hier auf der Südseite niederlässt. Wir sehen es hier in der Heatmap, ganz klar der Verlierer. Ist es interessant zu sehen, dass wir gestern ja hier im Stream bzw. auf dem GodmodeTrader auch einen Post hatten in Sachen, hey, der positive Rainbow könnte sich hier, sollte sich weiter in Sachen Trendmomentum entfalten. Aber was ausblieb, war der Ausbruch über das gestrige Vortageshoch. Also von gestern aus betrachtet das Vortageshoch. Und ja, 1244 blieb unerreicht. Vielmehr geschah es dann eben, dass wir hier unter den Open Price wieder in die Asia-Box hier reingelaufen sind. Und mit Unterschreitung hier von 1239, dem Pivot Point 1238, ging es dann auch tatsächlich in Richtung 1230 Dollar zurück. Der Goldpreis also hier, ja, sichtlich schwach in den Rainbow eingetaucht. Jetzt muss ich mal zeigen, was sich hier tut. Was ich da tun kann, das werden wir jetzt mal genauer beleuchten. Auch an der Hand des Euros gegenüber dem US-Dollar. Denn wir haben ja auch neulich schon den US-Dollar-Index mal in den Fokus genommen, der auch ein Stück weit noch nach Erholung schreit. Und lassen Sie uns da mal hier kurz den Euro ganz kurz im Wochenschart anschauen. Hier sehen wir die aktuelle Wochenkerze. Die sieht alles andere als gut aus. Und interessant zu sehen, dass wir hier an dieser Widerstandszone 1,085 rund, da sind wir noch nicht mal hingelaufen in der Vorwoche, aber an dieser Zone wohl wieder abgeprallt sind. Und das kann man jetzt hier mit so einem roten Pfeil mal bestätigen. Sieht also nicht wirklich bullisch aus, was der Euro hier gerade macht. Und wenn wir jetzt in den Tag gehen, hatten wir auch hier die Analyse von eben der Woche aus dem Devisenradar, wo wir hier auch schon mal skizziert haben, dass es eben ausblieb, dass wir die 1,085 geküsst haben, touchiert haben, angelaufen haben. Nein, wir hatten hier einen Hoch bei 1,082, 88 und dann war Schluss. Seitdem die laufende Handelswoche von Verlusten geprägt. Und hier diese Unterstützungszone um 1,067 war im Prinzip hier diese Kerze, wo sich hätte der Euro stabilisieren können. Das tat er ja auch dann am 08.2. kurzweilig. Gestern schwach, heute schwach. Und wenn wir so aus der Woche gehen unterhalb von 1,067, dann sieht es so aus, als würden wir hier diesen blauen Tendenzpfeil ja durchaus weiter präferieren können. Mit der Tendenz, dass es eben doch wieder in Richtung der Mehrjahrestiefs geht. Und wahrscheinlich auch der Parität. Das wird mal gespannt sein zu beobachten. Letztlich der Dollar hier wieder mit Rückenwind. Und das sieht auch vom US-Dollar-Index her gar nicht mal so schlecht aus. Hier auf Tagesbasis der Euro, erst wenn wir hier zum Beispiel die Kerze vom 07.2. überwinden würden, wäre wieder leicht positives Momentum möglich. Aber es sieht aktuell eben tatsächlich so aus, als würden wir hier weiter gegen Süden laufen wollen. Ja, im Devisenradar-Webinar hatten wir letztlich den Stundenchart unter die Lupe genommen. Auch mit der Idee, dass wir hier nochmal nach oben laufen können. Und diese Widerstandszone, das schauen wir uns beim Euro-Yen auch gleich an, die wir allerdings auf Tagesbasis da erreicht haben. Hier auf Stundenbasis ein sehr schönes Horizontallevel und wirklich eine Punktlandung hier mit dieser Kerze um 17 Uhr. Am 08.02. schwupp, hier eine Doji-Kerze in Parade-Formation. Dann schlängelte sich der Euro während der Asia-Session sozusagen seitwärts. Und es dauerte ein wenig. Hier um 10 Uhr am gestrigen Handelstag gab es nochmal so ein Stück weit Versuch, hier die 1.071 anzugreifen, aber jetzt letztlich die bärische Dominanz siegte. Und das Setup damals war im Prinzip hier einen Einstieg möglicherweise zu suchen, gegebenenfalls auch hier einen Hochlauf sogar noch mitzunehmen. Und diese Chance bot sich ja gestern und vorgestern eben. Man hätte auch hier über diesem Widerstandslevel den Stopp hier oben setzen können. Denn summa summarum hat sich, wie gesagt, hier diese Zone bestätigt und der Euro hat sich jetzt abwärts entwickelt. Und wenn wir, das sieht eben danach aus, ein neues Wochentief machen und insbesondere die 1.062, das ist diese Horizontallinie hier auf Stundenbasis, die 1.062 unterschreiten sollten, dann sieht es so aus, dass wir auch im Sinne der Daily Range in Richtung 1.059 laufen könnten. Das wären dann hier Preise in diese Region, auch hier mit dieser Kerze vom 19. oder mit den beiden Kerzen hier vom 19. zu adaptieren. Das sieht tatsächlich so aus. Also EURUSD hier wohl weiter in einem negativen Abwärtsflow. Insofern gerade auch aufgrund dessen der aktuellen Situation dürfte man erwarten, dass es hier wohl weiter runter geht. Die Saisonalität bläst da in eine ganz andere Richtung, aber hier hat wohl der Chart eher die Dominanz. Und das sieht, wie gesagt, nicht so bullisch aus, was wir hier beim Eurograd erleben. Der Wochentag selber, wir schauen mal hier in die 24 Stunden. Statistik 50 Prozent, ein guter Münzwurf, ist nicht wirklich jetzt relevant. Es ist im Prinzip eine Patz-Situation, aber EURUSD auf 7 bis 22 Uhr Basis zeigt, ein Freitag, der bullisch sein kann, aber es nach aktueller Einschätzung wohl nicht werden wird. Wir haben am Nachmittag nochmal die Uni Michigan, den Konsumklimaindex hier um 16 Uhr. Das wird nochmal spannend. Ansonsten hier Inflationsdaten, aber das ist alles nicht so dramatisch oder so weltbewegend. Also hier 16 Uhr kann es nochmal Volatilität geben und sonst ist es hier eher technisch ausgerichtet und das spricht wohl für weiterfallende Preise. Insbesondere, solange wir unterhalb des Daily Pivot Points bleiben, 1,067,14. Da ist die Situation definitiv so einzuschätzen, dass es da eben keine Erbarmung gibt, sozusagen. Also weiter gen Süden. So sieht es zumindest aktuell mal aus. Und jetzt wollen wir uns den Eurojen nochmal anschauen. Denn der ist hier auch paradetechnisch in die Widerstandszone gelaufen. Gehen wir in den Tagesschart. Wie gestern erwartet, sollte es eben einen Anlauf hier in diese Zone geben. 1,2120, 1,2115 Roundabout. Diese Horizontalwiderstandszone hat der Euro gegenüber dem japanischen Yen erreicht. Da sehen wir hier auf dem Stundenschart noch viel schöner. Da ist dieses Level, ja, hier auch ableitbar. Auch auf der Stunde, aber im Tagesschart auch schön zu sehen. Und genau da haben wir uns jetzt den Kopf gestoßen. Am R1 Level, Risk-On-Modos an den Märkten. Ja, der Yen hat gestern Schwäche erfahren. Viele Yen-Pairs über die Range ausgebrochen. Deutliches Momentum nach oben. Eurojen auch sehr, sehr schön gelaufen hier. Aber grundsätzlich eben die Situation, dass wir jetzt hier in der Phase sind, dass der Markt sich hier mehr oder weniger den Kopf zu stoßen scheint. Gehen wir mal in die Stunde. Das war der 4-Stunden-Chart gerade. Also eine Kernelste-Kerze jeweils eine Handelsstunde. Jetzt vorher 4. Und wir sehen, wie wir schön an dem Resistance Level 1 abprallen. Vom Pivot-Point ausgehend. Und aber eben auch insbesondere an dieser Widerstandszone. Und es darf gesagt werden, wenn wir jetzt keinen Anlauf nach oben sehen, die aktuelle Stundenkerze nicht überwinden, insbesondere kein neues Tageshoch per Close-Off-Stundenbasis über 121, 23, 85, mach around, dann ist es eher anzunehmen, dass wir hier in Richtung Pivot-Point gehen. Und Eurojen eben entsprechend hier, auch des skizzierten Files, dann wohl doch noch ein Stück weit tiefer geht. Das wird gespannt zum obersten sein, weil wenn die Märkte weiter laufen, der Risk-On-Modus eben hier weiter voranschreitet, dann dürfte der Yen auch wieder weitere Schwäche erfahren. Das wird sicherlich auch gerade Eurojen hier maßgeblich beeinflussen. Aber charttechnisch sieht es eben aktuell so aus, als würden wir hier durchaus eine Umkehrchance sehen. Und ja, zum Wochenausklang durchaus schwächer laufen. Gegebenenfalls eben hier im weiteren Wochenverlauf der nächsten Woche dann hier auch neue Mehrwochentiefs machen. Bleibt gespannt zu beobachten. Auf jeden Fall Euro einen Blick wert. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Heute Nachmittag werden wir übrigens nochmal einen Webinar bei JFD über saisonale Tools, über saisonales Trading machen. Wer Lust hat, hier auf der JFD-Website unter Webinare, übrigens die Website wird in Kürze ein Relaunch erfahren. Das heißt, wir werden hier eine neue Gestalt annehmen. Lasst euch da mal überraschen. Neben einigen neuen Features wird es da sicherlich interessant werden. Und da haben wir jetzt hier die Situation, da bei myJFD sozusagen, schwupp, hier unter Webinare, haben wir heute, wie gesagt, dann noch ein Webinar zu saisonalen Tools anstehend. Und das wird, wie gesagt, spannend. Sind Sie herzlich eingeladen, kostenlos. Hier ist GMT 13 Uhr, also 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, MEZ. Und da sind Sie herzlich eingeladen. Wissen ist Macht. Und insofern wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Rest-Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns, wie gesagt, später nochmal oder spätestens dann am Montag zum gewohnten Gewissenradar. Ich wünsche euch was. Ein gutes Wochenende vorab. Euer Chris Kämmerer. Und tschüss. Ich wünsche euch das.